ich bin heute alleine und auf der isla del rosa map und ja ich bin heute alleine und versuchen ein bisschen da abzureimen und wieder einmal einiges verdammt der hat ein neifeschwert kommt den nehmen wir jetzt gleich mal und ich habe heute ein bisschen anzusprechen dass der team ist genau gehen wir da weg kurz weil ich habe keinen bock gegen den 1 zu verlieren ok ich habe einiges anzusprechen außerdem auch ein paar entschuldigung ich habe das eben nicht vor vorab gesagt letztes mal ein großes entschuldigung dafür dass ich euch nicht gesagt habe dass ich eine kleine pause mache ich wusste auch nicht wie ich das rüberbringen sollte aber so wie ich jetzt gerade gemacht habe bei euch geht das gar nicht in ordnung also wirklich nicht und auch hier wollte ich mich einfach recht herzlich bei euch entschuldigen von mir an euch das war einfach so lange nichts gekommen ist ich weiß nicht das waren eineinhalb wochen oder fast zwei wochen sogar und es hat auch seinen grund dafür erstens mal eine kleine pause tut immer gut und 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 eine kleine pause tut immer gut aber was ich machen wollte ist halt ich brauchte neue designs samt mails blablabla du weißt bescheid und die habe ich also die wurden mir auch gemacht aber schlussendlich war es halt dann schlussendlich war es dann halt doch so ich bin gerade richtig verplant schlussendlich war es dann doch so dass ich die datei anscheinend nicht angenommen habe und ich das dann nicht gedownload habe der designer das dann gelöscht hat und er es dann nochmal machen musste zum glück glücklicherweise hat es mir dann nochmals gemacht richtig nice von ihm gewesen also dankeschön nochmals dann durch falls du das sehen solltest würdest wirst blablabla richtig nice von dir dankeschön nochmal und ja so das ist eigentlich das was ich sagen wollte und jetzt spielen wir hier eigentlich wollen das spiel hier rocken und ja ich muss mal sehen ob ich nie ich habe keine angel gut wenn man ein bisschen schauen oben wahrscheinlich wir gehen jetzt mal zum nächsten player weil mit diesem stuff kommen wir sicher auch nicht weit gut so und hoch nice gut nice 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 da ist er ja das sind sie ja ok den ersten namen mal da vorause vorgehen gut noch mal getroffen nice hat er da und zur liela wir sind gerade irgendwo dagegen gelaufen nice haben wir den auch nice 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 da haben wir richtig diese schau mal wir haben jetzt fast das gefällt mir so soll das laufen leute so soll das laufen das ist meine erste runde heute wirklich erste runde das ist richtig geil episch nice eisenschwert fast full iron gut neu ist nur so soll das sein alles klar okay die kämpfen schon mal okay nee so soll das nicht sein es ist jedenfalls ein team was nicht gerade fair ist aber vielleicht nein sie haben sich ja der eine art ihn gekillt ja toll naja gg trotzdem wir haben es fast gewonnen aber es ist halt nicht fair gewesen naja fällt nicht mal das gut feit kann man nicht sagen aber wir sind schlussendlich ins team es geht schon deswegen ja sie haben eigentlich alles richtig gemacht alles klar dann würde ich mir sagen dankeschön fürs zuschauen es ist meine kurze runde trotz allem habe ich die das jetzt gemacht da für euch für mich weil ich auch bock habe und ich nicht etwas neues aufnehmen wollte aus dem grund weil ich eben meine designs nicht hatte und ja dann würde ich mal sagen bis zum nächsten video wieder haut rein und ciao